Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute präsentieren wir euch den IC2. Viel Spaß mit dem Video, Like und Abon nicht vergessen. Vielen Dank. 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 ein Like da und abonniert, das wäre fein. Ciao.